...einen davon und hoffen, dass auch Material angeliefert wird. Ich weiß, wir haben es nicht selber, aber man kann es ja erhandeln und dann Kleidung verkaufen. So, was haben wir denn? Was fehlt denn hier noch? Rohstoffe. Hm, Honig fehlt immer noch. Und da fehlen immer noch die Bauwaren. Das kann doch nicht wahr sein. Wir bringen jetzt die Bauwaren darüber. Ah, okay. Gut. Es fehlt immer noch. Ach, guck mal, der überspringt das auch. Das müssen wir ändern. So, einmal die komplette Runde, bitte. Hä? Ja, nimm doch. Hallo? Jetzt nimmt der Konzertinopel nicht mehr, oder was? Willst du mich veräppeln? Hä? Okay. So, du gehst da hin. Dann da hin. Dann da hin. Hm. Warum? Ja. Mach du erst mal. Ich muss jetzt rausfinden, warum der Konstantinopel nicht mehr annimmt. Das ist doch ärgerlich hier. So, wo ist der? Bist du das? Nein. Ja, ja, ja. Halt die Klappe. Ich hab mich vertan. Da ist er. So. Route. Nicht nur zwischen den beiden, sondern... Da kommt der Konstantinopel. Schön, euch zu sehen, aber eigentlich haben wir uns... Okay. Das ist natürlich super. Das Handelsabkommen ist gecancelt. Was die Erklärung für mein Nicht-Handeln mit Konstantinopel ist. Scheiße. Dann fehlen uns nämlich genau die Pelze. Ja, das war super. Okay. Das ist blöd. So, wir speichern nochmal. Ja. 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 Genau. Okay. 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 Das ist ärgerlich. Dann kriegen wir ja da gar nicht die Rohstoffwürde. Das ist ja dann für den Arsch. Schau mal hier. Rohstoffverfehlen. Mann. Tirana. Und hier ist immer noch Baumaterial. Was ist... Sturm in der Stadt. Oh. Lieferst du jetzt... Ja, du lieferst ein paar Baumaterialien. So. Kann... Ja, endlich. Da kann ein bisschen Bau begonnen werden. Sehr gut. Haben wir... Jo. Die Honigproduktion hatten wir schon. Erhöht. Das ist blöd. Dass wir keine Pelze kriegen. Haben wir die hier... Ah. Wir haben es geschafft. Ja, das war ja toll. Ja, super. Großkaufmann. Benito Gobin. Werterlehen. Ich bin sicher, Barnas hatte auch in dieser Kriegserklärung seine Hand im Spiel. Ich glaube nicht, dass die Normannen im Moment große Eroberungen haben. Doch sie werden euch mit Sicherheit hier und da in Kämpfe verwickeln. Ja. Ihr solltet euch unbedingt weitere Verbündete im Süden suchen. Mhm. Mindestens zehnmal mehr Bürger als Soldaten. Handelsbündnisse mit Izmir, Tessaloniki und Athen. Wo ist Athen? Da ist Athen. Ähm. Wo ist mein Speer? Da ist mein Speer. So. Speer nach unten. Ich glaube, ich muss mal die Handelsrouten ein bisschen irgendwie... Also die Rundroute ist ja ganz nett. Mal gucken, was Athen so bietet. Äh. Und Izmir hatten wir doch schon, oder? Hatten wir Izmir noch nicht. Es ist mir hier oben. Budapest. Zagreb. Split. Nö. Wo ist denn? Hallo? Wir hatten... Ach da. Oh. Ist aber weit. Da brauchen wir einen neuen Händler. Anwerben. So. Da machen wir echt einen neuen Händler. Der dann... Ich glaube, wir machen dann hier so irgendwie... Und dann da. Und dann da. Und dann hoffentlich nach Izmir rüber. Weiß nicht, ob das geht. Boah. Viel Geld haben wir nicht. Was genau bietet ihr mir? Und was wollt ihr dafür haben? Ja. Versuchen wir es mal. Transit. Ach. Okay. Verdoppeln. Alles klar. Der sagt ganz friedlich. So. Okay. Und das Ganze nochmal. 4.000. Handel. Vorschlag. Ah. Sehr gut. Weil so viel Geld haben wir gerade nicht. Aus Gründen. Dann nochmal. Die Truppen sind auch echt teuer. Äh. Wir haben... 100 Soldaten. Ah. Okay. Dann ist die Faustformel ja erfüllt, glaube ich, ne? Also. Wir haben sogar weniger. Obwohl. 10 mal mehr Bürger als Soldaten. 400 könnten wir haben. Okay. Schiffswrack. Geh mal gucken. Oh. Danke. Sehr gut. Dann können wir ja jetzt den Handel abschließen. Izmir. Hallo. Äh. Hinzufügen. Machen wir mal 3000. Oh. Nicht 300. Äh. Transit. Ah. Verdammt. Was könnt ihr mir bieten? Vier? Ja, sehr gut. Was könnt ihr mir bieten? Komm, jetzt sind wir mal frech. Oh, scheiße. Was könnt ihr mir bieten? Sorry. 4000 Handelsab... Okay. So. Handelsabkommen abgeschlossen. Werter Leon, ich werde einen Agenten in eure Provinz schicken. Seine Mission ist sehr bedeutsam für die Zukunft des Reiches. Darum haltet sie unbedingt geheim. In Sofia angekommen, wird er euch neue Informationen über Banas Intrigen eröffnen. Äh. Ganz im Ernst, ne? So gut wie angekommen. Jetzt soll ich echten Agenten noch, äh... Händler. Der kriegt einen zweiten Karren dazu und eine Route, zwar von da nach da, nach da, nach Thessaloniki, nach Athen, nach Izmir. Scheißroute. Äh. Okay. Annehmen, Route aktivieren, bloß. Ähm. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, Izmir. Ah, Mist. Ähm. Flitz mal nach Athen, bitte. Und nach Izmir. Und dann gucken wir, ob da vielleicht Fälle... Ja, Fälle. Traumhaft. Dann können wir doch unsere Produktion angehen. Izmir hat auch Fälle. Oh, sehr schön. Sehr, 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 sehr gut. So. Äh. Odessa. Ach, da oben ist Odessa wahrscheinlich. Sehr gut. Verstanden. Äh. Viel Geld haben wir nicht. Können wir noch? Boah. Kosten 2000er. So viel kosten die auch nicht. Landwehr. Auf, auf, nach Odessa. Da ist was. Da sind bestimmt die Gegner. Dann hauen wir die erstmal platt und holen dann den, 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 äh, Agenten da. Bist du bereit? Nein. Muss das sein? Ah. Muss das sein? Ja. Was? Was? Okay, ja, dann sind wir doch bereit, oder? Weiß ich jetzt nicht. Oder holen wir uns noch die zweite Landwehr-Truppe dabei. Das ist vielleicht sicherer, ne? Ja. Da sollt ihr hin. Landwehr ist bereit, ja? Sehr gut. Können wir die vereinigen? Ähm. So, einmal da. Und die anderen. Ach, trefft euch hier an dieser Flusskehre, bitte. So, da. So, können wir die jetzt vereinigen? Naja, wir können die zumindest beide auswählen. So, auf geht's. Ja, sind wir. Der Agent begibt sich nun nach Konstanza. Oh. Hallo, Agent. Okay. Schneller! So viel gelaufen. Okay. Das war's jetzt, oder was? Hä? Ach, jetzt nach Sofia. Schnell! Was? So weit? Okay. Ist jetzt parallel zu dem Laufen irgendwie immer? Nicht, dass der angegriffen wird. Ist eigentlich ein Speer, oder? So viel gelaufen. Ja, so viel gelaufen. Find ich auch doof gerade. Oh. Schwertkämpfer. Da ist der Benito. Ja. Renn mal lieber weg. Feige Sau. So viel gelaufen. Oh, Nebel. Geh weg, Nebel. Wo ist der Typ jetzt hinten? Ach, da unten. Der haut ab. Sehr gut. Muss das sein? Oh, da ist ein Sturm. Hui. So, den Rest schafft er jetzt aber, ne? Was? So weit? Ah. Da. İstanbul. Na. Da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020